In keinem anderen Land dominiert grüne Ideologie. Liebe Zuseher des Deutschlandkurier, die Atomkraftwerke in Deutschland, die sind seit letztem Samstagabend abgestellt. Und in keinem anderen Land dominiert grüne Ideologie, dominiert Verblendung so sehr das politische Alltagsgeschäft wie in unserem Land. Um uns rum, ob es Frankreich ist, ob es Russland ist, ob es andere Länder sind, werden neue Atomkraftwerke gebaut. Setzt man gerade in Zeiten der Energiekrise auf Atomkraft und die politischen Verantwortlichen in unserem Land, die nehmen billigend für ihre Ideologie in Kauf, dass die Energiepreise voraussichtlich weiter steigen, dass sich Deutschland kaum noch Energie zu humanen, verbraucherfreundlichen Preisen leisten kann, dass wir abhängig werden vom Import, auch von Atomkraft aus anderen Ländern. Und Deutschland wird zum Paradebeispiel, was es bedeutet, wenn Ideologie über Vernunft in der Politik herrscht und das zu Lasten des deutschen Volkes. Eine unverantwortliche Politik, die endlich durch Abwahl dieser Bundesregierung geändert werden muss.